So Leute, es geht weiter. Wir werden hier massiv vollgespumpt. Das ist echt ätzend. Das ist wirklich richtig ätzend. Das ist schon... Ein schwaches Armutszeugnis eigentlich. Was wir hier gerade erleben. Ja, den brauche ich hier nicht. Das ist echt schon ein mega Spam, was hier abgeht. Ja, das könnte man eigentlich machen. Wir machen den hier weg. Und dann haue ich mit dieser Einheit nochmal eine drauf. Okay, dann gehen wir hier mit der Stuka drauf. Okay. 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 Ich würde sagen, die Jäger können wir noch runterziehen. Ich würde sagen, die Jäger Das ist ja Wahnsinn, was hier abgeht. Okay. Hier hin. Hier hin. Das da unten können wir jetzt sicher ohne Probleme halten. Der Panther kommt noch hoch. Wo wir was haben. Wo hier hin? Pack hier hin. Wo hier hin? Obwohl, Moment, Moment. Die Infanterie packe ich gleich da rein. Okay. Ja, das ist halt ätzend, ne? Wie der spammt. Das macht es halt echt nicht einfach. Ich weiß nicht, wie der mir hier einen Schaden machen kann. Und das ist gecheatet, Junge. Junge, das ist ganz bös gecheatet sogar, weil... Wie kannst denn du bitte wissen, dass da eine Einheit ist? Wenn der auf Tarnung ist. Alter Schwede, hat der gerade gecheatet. Alter Schwede, hat der gerade gecheatet. Geht. Oh, Muldabon. Irgendjemand noch direkt mal da drauf. Okay, erklär mir, warum ich jetzt da nicht hochkomme. Na gut, okay. Dann setzen wir dich halt einfach hier rein. So, hier hin. So, hier hin. Oh je, oh je, oh je. Wahnsinn. Okay, die sind aber jetzt hier. Das heißt, dann ist jetzt... Ich hoffe es. Okay, erstmal der ist weg. Okay. WDR mediagroup GmbH WDR mediagroup GmbH WDR mediagroup GmbH Okay, dann fangen wir mal hier an. Ja, wir werden das bestimmt gleich zurück erobern müssen. Oh, ja, ja. echt jetzt frage mich er dürfte recht nichts mehr haben keine ahnung wo er die ganze Luftpuppe immer hier hat doch echt nicht wahr ok dann hier drauf ja 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 See ya, boss. Okay. Okay. Das kann man hier unten eigentlich aufnehmen. So. Ei, 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 ei. Wahnsinn. Okay, um, komm schon mal hier hin. Okay. 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 Ahnung, da istOW. Ein, also hat doppelt nen Angriff, ja. Äh, nicht egal. Lasst sie ruhig doppelt nen Angriff haben. Der bleibt da drin. Danach wollen wir mal gucken was er macht. Das war's. Alter, was ist'n das da für'ne Scheiß? Aber warum? Das ist doch ein Witz, jetzt mal ganz ehrlich. Das ist doch ein Witz. Also, Wahnsinn, ne? Also, das ist einfach über das Spiel. Das ist doch ein Witz. Das ist doch ein Witz. Oh, jetzt ist wieder gutes Wetter. Oh, ihr seid doch bescheuert, echt ey. Wie war's? Keine Luftwaffe? Nein, absolut nicht. Alter, ist vollgeklatscht mit Luftwaffe. Das ist doch ein Witz. 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 Nee, das hört nicht direkt auf, sondern... Geh wir hin? Äh... Hm, nee. Geh wir hin. Okay, das passt, das passt. Ich denke hier oben müssen wir jetzt eigentlich durch sein gleich. Das kann jetzt nicht die ganze Zeit hier so weitergehen. Sind alle schwer angeschlagen, ja. Oh, ich hab vergessen den Hupen. Oh, ich hab vergessen den Hupen. Wurde auch nicht. Ja, vielleicht hat er auch keine gute Hupen mehr vor. Das ist ein Wunsterklang. Ja. Die Hälfte von dem ganzen Szenario ist Luftwache. Das Briefing ist komplett falsch, komplett falsch. Das Briefing ist komplett falsch, komplett aber. Das kann man machen, ja. 29, das könnten wir auch mit der Stuka werden. Gut, das hätten wir, äh, hier kriegt er. Man will jetzt hier einfach nicht kapieren, dass jetzt hier mal Ruhe herrscht, oder? Ja. 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 Ich hab's zu spät gesehen, aber er ist noch gut ausgegangen. Ist nur ausnahmsweise gut ausgegangen. Der hier drauf. Komm ich nicht da ran? Ich hoffe, dass der da ran kommt, weil... Ja. Da kommt's ran. Ja. 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 Ja, ich hab's dran dran. Ja. Ich denke, jetzt müssen wir's haben. Spannende Musik Spannende Musik Spannende Musik Hier bekommst Du bleibst hier drin, ja du hier auch, also hier ist alles ok. Ich glaube hier ist jetzt auch wirklich Ruhr eingekehrt, wie man so schön sagt Ok, ja hier ist Ruhr eingekehrt, hier auch, hier auch, hier ist, naja hier müssen wir mal gucken, aber jetzt hoffe ich, dass jetzt nichts Dummes passiert am Ende noch Oh Gott sei Dank fertig Ey, das ist da ein Szenario, du hast gedacht, oh hast du ein kleines Ding, erräumst das, ey der erobert die ganze Scheiße die ganze Zeit zurück, das ist ja nervtötend hoch 10 Das hätten sie ein bisschen anders da machen, ey, weil das da, ey, das ist ja, boah, das ist ja total gacka Ok, Unternehmen can go, so, in diesem alternativen Kriegsverlauf scheiterte der Versuch der Amerikaner im Winter des Jahres 46 wichtige Brücken über den Mississippi zu zerstören Äh, da wegen des schlechten Werders Angriffe aus der Luft mit, äh, konventionellen Bomben oder Atombomben nicht möglich waren, wurde der Versuch unternommen, die Brücken mit Bodentruppen zu sichern Ähm, äh, zu, ja, dieser wies sich als folgenschwererer Fehler, da die eingegrabenen japanischen Verteidiger den Amerikanern, die ohne ihre gewohnte Luftunterstützung vorstoßen mussten, hohe Verluste zufügten Ist schon mal komplett falsch, weil wir hatten von 18, 18 Runden Minim hatten wir 9 Runden, ähm, wo die Luftwaffe aktiv war Also, wenn da jetzt, sagen wir mal, nur 3 oder 4 Runden die Luftwaffe aktiv gewesen wäre, dann hätte ich gesagt, ja, ok, aber so Ist das Szenario Komplett falsch, äh, komplett falsches Briefing Aufgrund des hartnäckigen Widerstands der japanischen Verteidiger und, äh, der schnellen Reaktion der deutschen Panzerreserven Konnten die Amerikaner keinen nennenswerden Erfolge dabei erzielen, die wichtigen Brücken über den Mississippi zurückzuobren oder zu zerstören Ok, Leute Das war's, leider ist halt das Briefing hier komplett falsch, muss man ganz klar sagen Ähm, ja Ist einfach so, ist komplett falsch, das Briefing Weil die Amerikaner hatten teilweise wirklich jetzt die letzten 3, 4 Runden Luftwaffe Dann Ey, die hatten, ich glaub, die hatten Also mindestens 9 waren's, glaub ich, 9 Runden, wo die Luftwaffe aktiv waren, 9 Runden Konnten sie natürlich auch einen gewissen einsetzen, aber Es hat halt nicht der Logik des Briefings, ähm, entsprochen Wie das hier gesagt worden ist Ok, hier ist jetzt wirklich nichts mehr, da ist er jetzt komplett aufgerieben worden Wie sieht's oben im Norden aus? Da ist auch nichts mehr, ja Gut, dann war's das von dem Szenario Ähm, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder Und hoff ich dann mit einem besseren Szenario Ich fand das jetzt nicht so frickend Hat sich irgendwie gezogen für mich, dieses Szenario wie Kaugummi Bis zum nächsten Mal, bye bye